Wenn ein Grenzverletzer auf Sie zukommt, werden Sie bereit sein, unser Land zu schützen. Sie meinen, ob ich in Notfall schießen würde? Was ist mit unseren Plänen? Deinem Studium. Was willst du? Willst du, dass ich mich drücke, weglaufe? Alex, bleib hier, ich rede mit dir. Weißt du, was Sie mir erzählt haben? Dass ich Fotograf werden kann. Da, das ist dein Sektor. Aber dort ist die Grenze. Hat man dir das so erzählt, zu Hause? Letztes Mal haben Sie Purple Haze gespielt. Danke, Jungs! Hey, ist da wer? Scheiße. Guter Schlag. Stimmt. Sehen wir uns wieder? Ich treff mich nicht mit Grenzern. Was will der hier? Scheiße! Ich habe mir sechs Monate lang die Scheiße gepresst, habe Kloß geputzt, Kaffee gekocht und auch Bowlingkugel gespielt. Jetzt bin ich der Hacker. Sozialismus, gleiches Recht für alle. Man hat keine Wahl. Aber das ist ja das Problem. Wenn man keine Wahl hat, woher weiß man dann, dass man auf der richtigen Seite steht? Ich bin der Hacker von Überleben K righteous. Tschüss! Ich bin der Hacker von dem